Ich, ich hab heute was, was Blödes gemacht. Was Blödes? Was? Ich hab eine Serviette im Wald gelassen. Vielleicht kann jetzt ein armer Käfer nicht mehr zurück in sein Zuhause. Tja, es ist natürlich gut, wenn man keinen Müll in der Natur hinterlässt. Aber wir können das in Ordnung bringen. Immer mit der Ruhe, Leo. Hab sie gefunden. Gut gemacht, Leo. Sie hat zum Glück noch kein Tier gestört. Wunderbar. Betrachte die Schönheit der Natur. Sie ist unser Zuhause. Und wir sollten gut auf sie aufpassen. Ja, Opa. Du hast recht. Didi und ich waren nicht nett zu der Natur. Ich werd ihm sagen, dass wir keinen Müll mehr rumliegen lassen dürfen. Hm, da ist noch mehr Müll. Sehr gut, Leo. Das hast du sehr, sehr gut gemacht, mein Mäuserich. Danke, Opa. Und ich hatte sogar Spaß dabei.